Nein! Und er kann auch nicht mehr holen! Brauch einiges! Yeah! War das geil? War das geil, Leute? Alter! Und dann schießt ihr durch die Gegend! Was geht ab, ihr Liete? See yous, Tiers, in einer ganz neuen Folge mit Curve Fever zusammen mit Controller Crash namens Fuma! Der Nils! Guten Tag! Nils! Ja, und der Paco! Hola! Alle da! Und der Killer! Ja, und ich werde aber vorgestern! Ist klar! Ist klar! Nein, du hast gerade gesagt, ihr... Bei mir ist Killer ganz unten! Und der Killer! Und er regt sich auf! Oh, der spiegelt schon los! Mein Gott! Ich bin der letzte bei dir! Ich hab schon mal gegriffen! Oh Mann, oh Mann! Ich bin der gelbe Punkt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Paco ist sofort rausgeflogen! Tschüss Paco! Und wer es gelb ist, See yous auch gleich raus! Meine Lenkung ging noch einfach nur nicht! Tschüss und... Mann, fällst du nicht aktiv! So, Theo und Paco! Und, und... Oh mein Gott! Nein, ich troppel! Ich mach das, ich mach das, ich mach das! Und... Nein! Oh, der Post! Oh, der Nils! Okay, ich euch jetzt am Anfang mal hier einfach weggeflogen! Ja, 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 ja! Okay! Machen wir gleich noch richtig! Vielleicht fahren jetzt auf zwei Leute... Also es geht darum, so lange wie möglich zu überleben! Richtig! Ja, wirklich! Und nichts... Sterben tut man, wenn man andere Linien berührt oder in der Wand im Spielfeld! Ich bin so behindert, ich spiel das gerade... Also das typische Snake-Prinzip! Zum... Also wenn ein zweiter versucht, das zu spielen... Also ich möchte wieder betonen, du hast ungefähr ähnlich viele Punkte... Oh! Yeah! Was jetzt raschst du alles? Ja! Oh yeah! Sieht mal, wie das ist, wie das ist! Oh, ja, 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 ja! Ach so! Was ist das denn jetzt? Wie viel bin ich eigentlich? Ich bin so knapp nicht durchgekommen! Oh mein Gott! Warum willst du das nicht? Wenn's rot ist, ist es für die Gegner! Ach so! Ach so! Damit hättest du gewonnen! Damit hättest du jetzt erst noch gewonnen! Oh Leute, macht's doch noch lange! Ab zum Roten! Nein! Und der Klingel! War das geil, Leute, Alter! Und der andere schießt hier durch die Gegend! Nicht schlecht! Wow, das haben wir, was? Nicht schlecht! Alter! Not bad! Nein! Mich nervt das hier gerade schon wieder fast ein bisschen! Ja, ich bin... Wir haben vorhin angefangen, zwei Probespiele zu machen! Und da hab ich einfach alle abgezogen! Ja, ja, was sagst du jetzt? Ich hab's gewonnen, ey! Was laberst du? Das ist so Quatsch! Du hast mich gewonnen, du mal! Ich mach mich wieder so fett! Hey, mach dich so fett und stirb dann einfach! Ja, ja, das passiert manchmal, wenn man... Warum muss ich eigentlich gelb sein? Ich will gar nicht gelb sein! Ja, ich möchte auch blau sein! Wir können uns ans PC tauschen! Du musst mir den einfach kurz bei Post schicken! Geht ja ganz kurz! Boah, ich bin so weh! Hilfe! Hilfe! Jetzt kommst du nicht mehr raus! Jetzt kommst du nicht raus! Jetzt kommst du nicht raus! Jetzt kommst du nicht raus! Jetzt kommst du blöd! Nils, du bist echt ein richtig schwuler Hund! Oh! Äh, nein! Nein! Oh nein, du sollst nicht rauskommen! Nein! Oh! Ja, das ist doch frei! Alter, was machst du! Oh Mann! Hier habt ihr den Skill gesehen! Oh, wie schnell! Den Skill! Ja, jetzt siehst du es natürlich nicht mehr! Aber gerade eben habe ich noch wunderschön... Oh, nice! Nicht schlecht! Nein, das ist sehr schlecht! Du siehst das falsch! Ja, sammel sein bestes Item noch ein! Ja, sammel das ein, das ist gut für dich! Nein! Oh! Yes! Nein! Oh Mann! Das ist gut für dich! Da ist Kindermilch drin! Oh, Paco! Das geht runter! Ja, ich kann dieses Spiel gar nicht! Ja, offensichtlich kannst du überhaupt irgendein Spiel! Was kann ich? Was kann da ein? Der Paco ist jedem Spiel schlecht! Ey, was machst du das? Was machst du denn? Was machst du denn? Nils, du bist echt besoffen! Was war denn das? Das war nicht! Du fährst einfach in mich rein! Ich glaub das war nicht! Kann ich irgendwer diesen Fuma mal wegnehmen? Ich mag den nicht! Ich mag's auch! Ich geb mir einfach vor, das ist schuld! Schönen Platz! Oh! Fuma holt auf anscheinend! Nein! 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 Oh, oh! Fuma, was machst du jetzt? Gott, dang! Alter, der Typ ist krank! Der Typ ist doch krank! Alter, was ist jetzt los? Nein! Oh! Komm! Komm! Wie du? Wie du? Wie er ist? Wie er ist? Wie er hat das? Wie er hat das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott gemacht hat und ich schlängel mich da oben grad noch so durch und dann feiert er es auch noch! Dann feiert er es auch noch! Hä? Wie er ist das denn? Oh Gott, wow! Das ist unglaublich! Ich kann dieses Spiel gar nicht! Ach was, du hast doch schon 0 Punkte! Ich hab gewonnen! Yeah! Oh! Wie kann man denn so scheiße sein? Ey, was Leute? Ich bin so scheiße! Es ist ja unglaublich! Aber immerhin lieg ich vorne! Das ist schon mal fair! Das ist überhaupt nicht fair! Oh ne, Leute! Vorher gegen Grün! Alle gegen Grün! Nein! Was hättest du deinen ersten Blut gemacht? Ihr Schweine, warum habt ihr es nicht eingesammelt? Ich hab so fest damit gerechnet, dass ihr dieses blöde blaue Item einsammelt! Hahaha! Ey! Oh! Alter Schwede! Warum hast du ihn nicht eingekreist? Hab ich! Ja, hättest du das fertig gemacht, hättest du das schon gewonnen! Der Nils! Der Nils! Der Nils! Nils gewinnt! The Boss! The Boss! The Boss! The Boss! Und tschüss! Okay, wir müssen Nils raushauen! Alle gegen Nils! Was? Nee! Und, und Paco! Nee, Fumar ist schlimmer! Paco, nein! Ich bin die größte Bedrohung! Und tschüss! Ey! Paco ist unglaublich sch... Nein! Oh! Nein! Ihr habt das ja vorhin schon gezockt und ich hab da an meinen Sound gepasst! Ja! Ja! Schade! Ich hab Steuerung umgedreht und ich wär fast reingefahren und das stirbst du selber noch! Ja! Oh mein Gott! Ich bin so stolz auf dich! Geht alle weg! Geht alle weg! Was ist denn das? Oh! God damn! Fuck! Scheiße! Ich fahre einfach raus! Neu! Alter wie geil war das! Alter wie geil war das! Alter wie geil war das! Oh! Ceo Mode! Ich hab mich hängt! Aber Paco hat schon einen Punkt! Das geht doch! Paco hat schon einen Punkt! Stimmt! Wie keine Zeit! War das grad Ceo Style? War das grad Ceo Style? Weißt du schon gleich am Anfang? Alter aus... Gerapped! Hier hat dich das Item natürlich gerade gelohnt! Nein! Nils! Das war grad voll der Glitch! Das hab ich nicht gesehen, dass du schon da bist! Ja! Ja! Schöne Scheiße! Oh Mann! Echt! Lol! Paco! 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 Alter! Wuuu! Wuuu! Alter! Gibt es sowas? Paco Rock ist Ding, Alter! Ne, das... Jetzt, eindeutig! Ich hacke! Ich hacke! Nein! Oh seo! Ne, jetzt ich hasse dich! Ne, da hat... Da hat... Killer... Killer... Was? Du hast mich einfach fest! Killer der Boss! Wuuu! Ah, es gibt es 40! Ja! Leider! Leider! Warum so lange? Ja weil die... Halt ab hier! Oh, ihr werdet nie Herz malen können! Mann, Tils, du hast es verkackt! Oh! Ha 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 ha! Oh ne! Durch uns zwei solchen... Ja! Alter! Wieso merke ich nicht, dass irgend so ein Item aktiv ist, ey! Holy fuck! Und gewonnen! Nein! Du Arsch! Ich hab's nicht... Ich hab nicht gesehen, dass... Das ist doch direkt vor dir gespawnt, oder? Oh Gott! Ne, 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 ne! Ich kann es schaffen! Nein, können du it! Nein, können du it! Nein, können du it! Nein, können du it! Nix kannst du, nix kannst du it! Ey, ey, ey! Ganz letzter, nenn ich! Richtig! Alter, ist das schwul gewesen! Tschüss, Cio! Tschüss, Park! Nein! Was treibt ihr denn schon wieder alle? Bei so vielen Spielern ist das so chaotisch! Nein! Richtig! Nein, was mach ich da? Aha! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie ich mich dick da durchgezwängt hab, ja? Da sieht man mal wieder, wer der wahre Baus ist! Ja, aber... Aber eigentlich müssten wir alle mal gegen Paco gehen, weil das ist viel zu gefährlich, was der Typ macht! Nein! Nein! Oh mein Gott! Das war so nicht! Ja, das war... Ja, das war... Alter, war das geil! Alter, war das geil! Nein, das war jetzt nicht wirklich wahr! Oh mein Gott! Gewonnen! Gewonnen! Nein! Ich hab neun Punkte! Wir müssen jetzt aber echt aufpassen! Der Nils, der kann gewinnen, wir müssen den ausschalten! Ach! Ein Scheißdreck kann der... Nein, 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 nein! Nein, nein! Jürgen, du bist zurück! Ich will alle austicken! Damit hat er nur einen Punkt bekommen! Ups! Ah, der Fuma? Wie der langfährt, Wahnsinn! Das gefällt mir doch! Ey, wir müssen jetzt einmal Fuma und Nils raushauen! Direkt! Was? Ich brauch nur noch zwei Punkte, Mann! Ja, eh! Verpasst hab ich! Ja, Nils hat gewonnen wahrscheinlich! Hä? Ich fahr einfach raus! Hä? Ja, du fährst doch... Du bist blau, gell? Schon klar! Hab ich da nicht schon zwei Punkte jetzt? Nein, er ist nicht blau, er ist türkis! Ah, nee, fuck! Ach nein, was mach ich? Oh, mach! Nein, 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 nein! Yes! Nein! Nein! Ja! 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 Wie alle ausrasten! Ich glaub ich, Henk! Ich trotzdem! Wuhu! So brutal! Warte, ich bin... ich bin Vorletzter, ey! Ich hätt alle direkt gewinnen können! Es ging aber nur noch Karo! Ich wär zuerst raus! Ja! Ja! Aber Kontroll hat auch gewonnen eigentlich, gell? Ja! Ey, ich hab's wenigstens so gemacht! Ich bin genau auf die 40 gekommen, ja? Eigentlich bist du rausgeflogen, weil du drüber geschossen bist! Ach so! Über's Ziel hinaus! Ach so! Yes! Also! Ansonsten, Leute! Noch irgendwelche letzten Worte? Ne! Nein! Ich bin der Boss! Ich bin der Boss! Ich bin scheiße! Dann an alle anderen Zuschauer! Ich bin scheiße! An alle anderen Zuschauer! Denkt dran! Crash nicht auf den Controller! Dafür sind wir ja da! Ciao! Ciao! Ciao!